Granatenwerfer, richtig? Ja! Ja! Ja, das ist sie! Unser Gottverdamme sehr viel! Verpisst euch hier! Das ist ein Gegner, Ural! Nice! Los, los, los! Gut! Einer tot! Dahinten das Auto! Unser Gottverdamme Auto! Unser Gottverdamme Auto! Hahaha! Ist das geil! Wir werden beschossen! Wir werden beschossen! Halt die eigentlich an! Wir haben schon Leute getötet! Ich weiß nicht wo sie sind! Wir haben hier erstmal für Ordnung gesorgt! Was ist das für Randale? Gut, ich wurde eben von Punkbuster gekickt und jetzt kann ich nicht mehr drauf! Also schon! Und fahr zu dem scheiß Ding, oder? Darüber? Ja, vorüber! Guck mal, da ist noch ein Ural und so weiter! Da war noch ein gepanzertes Fahrzeug! Gut, wir wurden Punkbuster gekickt! Für random Fehlermeldung! Und jetzt bin ich wieder drauf! Aber im Moment ist voll! Ich bin runtergeschossen! Und runtergeschossen! Wir brauchen gerne andere! Komm her, komm her, komm her! Überfahr mich nicht! Wir werden gesnippt, da musst du aufpassen! Das ist halt safe dann da oben! Sollen wir abhauen mit den Sachen, die wir haben? Ich weiß nicht, aber da ist noch so ein Truck vor uns! Der ist ein Supply! Der kann immer Repairn! Der Truck, der hier steht! Nein, der, der da mitten auf dem Feld steht! Zu den Sachen!